Das war ein nicht provozierter Angriff auf ein Schiff in internationalen Gewässern. Die Gefahr eines Krieges. Statt entschlossen zuzuschlagen, wollen Sie ermitteln. Mein Ziel ist es, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, Admiral. Und die Welt hat nur noch eine Chance auf Frieden. Wann sind unsere Schiffe auf Position? In 48 Stunden. Und es gibt nur einen Mann für diesen Job. Bond. James Bond. Was wissen Sie über Elliot Carver 007? Weltweit operierender Medienmogul. Er besitzt Zeitungen, Fernsehstationen, eigenes Ratelliten. Schlechte Nachrichten sind die besten Nachrichten. Ich hab gehört, Sie hatten mal eine Affäre mit Carvers Frau. Habe ich was Falsches gesagt? Ja, zum Beispiel, ich bin gleich wieder da. Ich bin von der Nachricht Nagito Neues China. Auf der Suche nach einer guten Story? Ich wär schon mit ihm fertig geworden. Das Chaos soll beginnen. Ihr neuer BMW. Brauchen Sie eine Vollkaskoversicherung? Ja.